Das Gaswerk der Stadt Osnabrück Das Gaswerk der Stadt Osnabrück, eines der Wahrzeichen, der Kokslöschturm. Ein Modellbild von der Luisenstraße ausgesehen, links der große Gasbehälter. Das ist das Bild, das ältere Osnabrücker noch vor Augen haben, das Gaswerk. Ein Blick vom Gasbehälter aus 60 Meter Höhe, im Hintergrund die kleinen Gasbehälter entlang der Liebigstraße. Der große Gasbehälter, 1954 errichtet. Ein Blick vom Behälter in Richtung Norden. Ein Blick auf das Werksgelände. Das Gebäude der Schwefelreinigung und die Gaskohle. Ein Blick auf den Teerturm, im Hintergrund der Gasbehälter und vor uns der Zentralgenerator. Das Verwaltungsgebäude entlang der Luisenstraße. Mit der dahinterliegenden Fahrbereitschaft. Wieder ein Blick vom Gasbehälter. Das Anschlussgleis zum Hauptbahnhof. Ein Blick vom Gasbehälter in Richtung Piesberg, hier in Richtung OKD. Ein Blick über die Stadt, das ehemalige Stadtkrankenhaus am Wall. Das Werksgelände vom Behälter aus gesehen. Die feuerlose Lokomotive, die die Kohle, die vom Hafen über Gleise zum Bahnhof und zum Gaswerk mit dieser Lok befördert wurden. Die feuerlose Lokomotive, der Turmdrehkran, der die beladenen Kohlewaggons entlud und die Kohle in einen Vorratsbunker beförderte. Das Gas wurde bekanntlich erzeugt aus einer Gasflammkohle, die unter äußerer Beheizung auf 1800 Grad die flüchtigen Bestandteile das Gas entweichen ließ. Der Aufzug, der die Gaskohle auf die Plattform des Ofenhauses transportiert und die Kohle in einen Vorratsbehälter fördert. Ein Blick in das Ofenhaus. Es waren acht Öfen in Betrieb mit insgesamt 46 Kammern, Gaserzeugungskammern. Jede Kammer konnte 2,4 Tonnen Kohle fassen. Hier ein Blick auf die Teervorlagen, denn in dem erzeugten Stadtgas war auch Teer enthalten. Weiter die Arbeit an den Teervorlagen und das Schließen der Gaserzeugungskammer. Und hier das Befüllen der Gaserzeugungskammer. Aus dem Kohlebunker wurde dieser Behälter gefüllt und konnte dann über die eigenen einzelnen Kammern gefahren werden zum Befüllen der Kammern. Die Gaseigenerzeugung wurde im Januar 1858 in Betrieb genommen, führt zunächst 340 Gaslaternen zur Beleuchtung der Straßen. Das ist der Kokskübel, wo die glühende Kohle, die jetzt zu Koks geworden ist, aus den Kammern aufgefangen wurde und jetzt zum Ablöschen unter die Brause gefahren wird. Und danach ergibt sich die Wasserdampffahne, die wir zu Anfang des Filmes sehen konnten als eines der Wahrzeichen des Gaswerkes. Der abgelöschte Koks wird in eine Koksvorratskammer gefahren, wird hier nochmals über eine Brechanlage geschleust und dann in einzelnen Korngrößen in den jeweiligen Kammern bevorratet. Die Koks-Siebanlage Hier werden die Gaserzeugungskammern mit Schamottemörtel repariert. Ein Blick in das Innere der Kammern Das sind die Ofenleute, die im Dreischichtenbetrieb für die Gaserzeugung zuständig waren. Hier die Vorrichtung zur Unterfeuerung der Gaserzeugungskammern. Diese Unterfeuerung musste von Zeit zu Zeit von Asche befreit werden. Die Asche musste mit entsprechendem Werkzeug gelöst werden von den Wänden und wurde dann per Schaufel herausbefördert. Diese Asche wurde nochmals gesiebt, sodass auch Restkoksstücke noch zur Wiederverwendung gelagert wurden und die Asche selbst wurde zum Beispiel auch zur Wegebefestigung noch genutzt. Eine schwierige Arbeit, vor allem auch in Wintertagen, wo bei dieser offenen Tür im Rücken der kalte Wind war und in der Vorderseite des Körpers die glühende Asche zum Schwitzen, den man zum Schwitzen brachte. Das ist ein Blick entlang der Unterfeuerungsanlage der Gaserzeugungsöfen. Wieder ein Blick der Kohleförderungsanlage der Zentralgenerator mit dem das Gas für die Unterfeuerung der Gaserzeugungskammern erzeugt wurde. Ein Blick auf den Teerturm im Hintergrund und hier sieht man die Rohrleitungsverbindung vom Ofenhaus zum sogenannten Maschinenhaus. Eine Gasabsauganlage die das erzeugte Gas vom Ofenhaus zum Maschinenhaus befördert und im Maschinenhaus wird das Gas gereinigt von Benzol und von Teer. Anzeige für den Gasbehälterinhalt und Registrierapparate. Ein Teerscheider zum Ausscheiden des Teers im erzeugten Stadtgas. Und hier ein Blick auf die Schwefelreinigung. Dieses ist das Innere der Schwefelreinigung. Die Reinigungskästen, die mit Schwefelreinigungsmasse gefüllt waren, durch die das Gas strömte und am Ausgang schwefelfrei war. Ein Blick ins Gaswerklabor, wo das erzeugte Gas auf Reinheit überprüft wird. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 6,ычical, in Records. 4, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 1000 kali. Ein Gaskalorimeter, mit dem der Brennwert des Gases gemessen wird. Das Stadtgas hatte seinerzeit 4200 Kilokalorien pro Kubikmeter. Das heutige Erdgas hat 8600 Kilokalorien pro Kubikmeter. Die gefundenen Werte müssen dokumentiert werden, was durch den Laborleiter geschieht. Gaskoks preiswert und gut Ein Nebenprodukt der Gaserzeugung ist der anfallende Koks. Hier bei der Verladung als Brennstoff für öffentliche Gebäude, zum Beheizen der Gebäude und auch für private Kunden, zum Beispiel für Bäckereien. Kokshalden, die sich auftürmten, weil im Laufe der Jahre der Koksabsatz sehr schleppend wurde. Die Zeit der Ölheizungen lief an, sodass viele der älteren Koksheizungen aufgegeben wurden und auf Ölfeuerung umgestellt wurden. So mussten wir den Koks auch über Land vertreiben, das heißt wie hier nach Bad Rotenfelde transportieren. Die Salinen in Bad Rotenfelde und hier der Transport durch das Eingangstor des Kurparks. Das Abladen des Kokses in den Kokskeller zur Beheizung von Gebäuden. Auch in Richtung Schledehausen wurde der Koks transportiert. Koks. 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 Er wurde vor den Gebäuden abgekippt und um anschließend dann per Schaufel in den Kokskeller transportiert zu werden. Selbst nach Diepholz wurde der Koks gebracht. Wieder die Gasabsaugleitung zwischen Ofenhaus und Maschinenhaus, die aus irgendwelchen Gründen repariert werden musste. Eine Leitung mit einem Durchmesser von 60 cm. Eine Leitung mit einem Beton. Eine Leitung mit einem Beton. Eine Rohrleitungsdemontage ohne Hebewerkzeuge. Die einzelnen Rohrleitungsstücke sind über Flansche miteinander verbunden und so auch wieder voneinander zu trennen. Der Abbruch des Gaswerkes im Jahre 1961, als uns das vom Ruhrgebiet nach hier transportierte Ruhrgas die Eigenerzeugung des Gases immer weiter erschwerte, denn das vom Ruhrgebiet angelieferte Gas war preiswerter als das Gas in Eigenerzeugung. Hier die Demontage des Ofenhauses. Ein Blick vom Gasbehälter. Ein Gaswerksbetrieb ist immer ein staubiger Betrieb, wie man hier sieht. Wieder ein Blick vom Gasbehälter auf die Abbrucharbeiten. Das Ofenhaus, wo das Profileisen mit Schneidbrennern zerlegt wird. Ein Blick vom Gasbehälter. Die Öffnung zum Koks-Vorratsbehälter. Die sogenannte Laufkatze, die den Kübel nach oben transportierte. Den Kübel mit dem abgelöschten Koks. Wo hier eine Resthalterung getrennt wird und die Laufkatze letztendlich zum Abstürzen bringt. Im Zuge der Abbrucharbeiten des Gaswerks. Hier ein Blick wiederum vom Behälter aus. Beim Fällen des Schornsteines. Der zweite Schornstein wird gleich ebenfalls in sich zusammensinken. Maßgerecht zwischen die beiden Gebäude hindurch. Links der Rest des Ofenhauses. Die im Vordergrund liegende Leitung ist die Verbindungsleitung vom Maschinenhaus zum Gasbehälter. Der zweite Schornsteine. Der zweite Schornsteine. Der zweite Schornsteine. Das ist die Hauptschelsteine. Ich rein riesig. flipping Brüser. Im alto Schornsteine. Neh die Währungsz